Hallo liebe Leute, der Tag aus Pennsylvania ist wieder da mit dem Pensilfonisch-Deutsch, das Wort für die Woche und das Woche bring ich es Wort, es Luftschiff, es Luftschiff, letzte Woche haben wir es Wort Schiff, Schiff ist auf dem Wasser, ein Luftschiff ist ein Schiff in die Luft, gell, so wir haben ein Airplane auf Englisch oder Jet auf Englisch, aber für uns da in Pensilfonisch-Deutsch mit Sauer Luftschiff. Und da ist unser Satz, ich fliege nach Deutschland mit dem Luftschiff, ich fliege nach Deutschland mit dem Luftschiff, wenn ich nach Deutschland gehe, dann muss ich mal fliehen, ich muss nicht fliehen, aber ich gleich schiffe nicht, so ich gehe nicht auf die Ocean, ich gehe lieber in die Luft und es ist viel stärker, ich kann in Deutschland dann in Silberstund sein, im Platz von E-Woche, wenn ich auf ein Schiff gehen muss. So, Luftschiff, ich gleiche es Wort, aber ich fiel, es ist ein guter Wort, meiner Meinung nach. Bis jetzt nächste Woche, lieber Lein, schwätz Deutsch und mach's gut!